hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel von monos war sky arena spieler starten voll mit drei machen tun es an oder genau dann und let's go da sind wir zum monos zum download die datum er den gelesen tatscht es sagt ich habe getatscht werbung werbung ok ok noch mal touchen da sind wir ok ich habe nicht mehr weiter gespielt gehabt zweiter tag den ich hier zu spiele alles aktualisieren annehmen alles annehmen ok ok schließen kommt noch was da ein geschenk ich möchte das wo ist das geschenk war es das geschenk ist ich habe es weggedrückt ok wir sind level 5 red batak 96,5 prozent dann sind wir bald also noch 5,5 prozent dann sind wir level 6 dann geht's mal los hier schaffen wir level 6 heute noch und da waren wir auch schon da waren wir doch gerade schon das also wer war nicht level 6 da ist etwas okay hier ist etwas sowas kann ich kaufen wofür ich will nicht kaufen ok weiter geht's das war es hier gut und da ist noch ein ausrufezeichen beschwörung ich habe eine beschwörung und ein neues monster stimmt ich wollte ja hier mal aufräumen das habe ich gar nicht gemacht weil ich nicht gespielt habe dann muss ich gleich mal gucken ob wir das schaffen mit den aufräumen da ist ein fragezeichen das machst du ich weiß es nicht ich drücke hier einfach herum so große wert ja arena nein da wollen wir nicht hin wir wollen erst mal quest events auch nicht da sind wir jetzt kampf 3 warte mal ne 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 wir machen es anders wir gehen hier im wald rein in der allerersten instanz und da suchen wir uns raus jeder sind ja die mit dem blauen symbol drin dann immer den hier und von ganz hinten ein können wir die auch angreifen bringt das was ich weiß es nicht kampf schauen wir mal auto ist drinne dreifache geschwindigkeit ist drinne ich dachte auto ist drinne ach so ist auto drinne ok blub 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 bl die flügel am kopf oh mein pilz ist gleich down mein pilz ist down so einfach geht das ok nächste stufe ach die bleiben jetzt drin dann schauen wir mal wie weit wir mit den kommen heute ist so ein blauer tag ach das schafft er auch allein noch ein schlag ist er down super nächste stufe ich bleib bei denen der pilz wird immer stärker oh seine fähigkeit das sieht doch schon mal gut aus wie weit komme ich wenn ich mit dem nix mache und immer nur weiterspiele ich weiß es nicht ich glaube nicht dass ich das dahin schaffe was dahin wo ich gerade bin also in der dritten welt ich denke ich bin schon vorher down ich denke ich habe das nur bis zum boss oder vielleicht doch weiter da werden wir ja gleich heraus finden oh blau ging blau der pilz ist down ok kram aus dem geschafft die runde ok jetzt sind wir allerdings level 4 ist mich ja wieder ein bisschen stärker geworden 1 von 3 super die sehen so böse aus die pilze oh der baum ist down und der pilz ist down er hat er hat ein schutzschild ob er es noch schafft der pilz war so groß war es der boss oh ne hat er nicht geschafft also ich bin bis hierhin gekommen bis zu den pilzen und das ist was zurück ah monster nein auch nicht monster nochmals im kampf wir waren bis zu den pilzen gekommen da da wäre der boss gewesen also bis zur sechsten ebene bin ich gekommen aber jetzt sind die down jetzt geht es ganz schnell dann mache ich jetzt hier so eine kleine blaue armee der nächste ich glaube beim boss darf ich vier leute benutzen dann benutze ich dann ach ne das schaffe ich auch nicht ach ne das schaffe ich auch nicht down ok 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 ich habe es verstanden ja aufwerten so jetzt sind wir beim aufwerten jetzt will ich alle die nehmen die ich doppelt habe das ist einmal der das ist einmal der das ist einmal der mein frankenstein doch die ist auch frankenstein hammerschlag ok Ey, die haben wir auch 12, Level 14 ist sie dann. Und es ist aber schön, dass da mal steht, Skill, wenn das der gleiche ist. Und das finde ich gut. Habe ich hiervon ein Skill drinne? Nee. Habe ich gemacht, davon habe ich, glaube ich, ah, da habe ich einen. Und das war's dann. Jawohl. Zapp, 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 fertig ist er. Der kommt hier weg. Dann haben wir jetzt die. Jetzt kommt der hier. Ah, nee. Das ist jetzt der blaue davon. Und das will ich aber nicht machen. Den blauen gegen roten. Nee, 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 nee. Muss auch schon die gleiche Farbe haben. Was stand da? Max Level 15. Oh, okay. Die sind schon aufgelevelt auf Level 15. Kann mit die auch kämpfen. Das werden wir gleich mal sehen. Habe ich den schon? Ich glaube nicht. Nein. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Doch da einmal in Gelb. Oh, ups. Nochmal so. Einmal in Gelb. Okay. Das war's. Den habe ich auch nicht. Außer in einer anderen Farbe vielleicht. Auch nicht. Gut. Ah, hier haben wir die gleiche Person. Entwickeln. Wir haben ein Hyppier. Papier. Wie heißen die? Arpi. Okay. Rattenjagd. Okay, die ist kein Ratten. Dann kommt jetzt der dran. Dann haben wir den. Und das war's. Entwickeln. Zack. Dann haben wir jetzt den Mammut. Den haben wir nur einmal. Den habe ich auch nur einmal. Den auch. Den auch. Den auch nur einmal. Den auch nur einmal. Schaut trotzdem mir mal vorsichtiger nach. Vielleicht habe ich mich ja übersehen. Den haben wir zweimal. Das ist ein Fickle. Ja. Jawoll. Sieht so ein bisschen aus wie ein. Komodo verraten da war mal da da sind wir jetzt danach kommt die Mumie dran die Mumie ist aber auch nur einmal da die Heilerin es gibt ok die Heilerin fertig jetzt kommt die Mumie auch nur einmal ich sag mal so das sieht aus wie eine Russe Scherz aber durch die Mütze da um sieht schon cool aus den haben wir schon da die beiden gleich sind wir fertig eine Bonschütze wie heißt die Magie Schütze ok Fall des Lichts da 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 die haben wir nur einmal die haben wir auch nur einmal die haben wir zweimal aufwerten auf tausend oh ist aber teuer da 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 Sporenschuss ähm und den Hund haben wir nur einmal die haben wir nur einmal die haben wir nur einmal Baum nein 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 den einmal und das war es dann auch schon ein Gespenst Tyrann uh spooky ja das war dann jetzt alles mit den Aufleveln einsammeln 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 hier sind noch zwei Sachen einsammeln 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 oh jetzt habe ich hier noch Herausforderungen neu achso Shop neu hm was gibt es da schönes ok da ist wieder eine Beschwörung ein Frankenstein das ist ein roter Frankenstein das ist ein roter Frankenstein das kann ich einmal machen mit Kristalle beschweren ich weiß nicht vielleicht keine gute Idee 0 0 2 von 50 7 von 100 ich könnte nur das so meine Kristalle weg und wie gesagt ich glaube das ist keine gute Idee einsammeln einsammeln jawohl ok neues monster ja im Frankenstein wo sind der ganz hinten da ok ich gehe nochmal auf Kampffrau ich möchte jetzt mal schauen ob ich diese was war denn das gewesen nochmal zurück beschwören nein nicht beschwören ah hier ist das aufwerten diese Engels hier ob ich mit denen auch kämpfen kann also Kampf dahin gehen wir waren bei denen stehen geblieben kann man mit den Level 15er Engel kämpfen ne anscheinend nicht die waren nämlich hier zwischen gewesen zwischen den Einerstern und den Zweierstern also kann man die gut benutzen um andere Leute aufzuleven die sind wahrscheinlich auch dafür da hat deswegen sind sie von einfach gar nicht auf Level 15 hmmm blau gelb und rot ich habe einen blauen sie ist mein Captain eigentlich wenn ich den blauen reinsetze ist der Level 20 ich will ihn noch gar nicht benutzen das ist im weißer blau 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 rot 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 ne das ist glaube ich nicht lila ne oder ist das ein roter ich weiß es nicht ich möchte sie noch nicht benutzen vielleicht kann man sie später besser gebrauchen aber mal gucken so ich mach da jetzt auch nicht mehr weiter ich mach jetzt wieder hier gehst du diesen Kampf und wir nehmen einmal ich wollte ja einmal die schwächere mitnehmen aber dann komme ich ja gar nicht vorwärts Mist und nehmen wir den als Leader und 1 2 3 Kampf ich glaube das müsste ich gewinnen zack zack weiter einfach ein charakter von freund ausleihen dann kann man eine hochlevel nur einen der will gekriegt das dauert aber dann ewigkeit nächstes tüffe ich kann ihn nur einmal benutzen dann probieren wir das mal so aus ich glaube nicht dass das was wird oder vielleicht auch noch ein gegner doch schaffe ich hätte ich nicht gedacht aber da kommt ja noch eine welle ich dachte das wäre die letzte welle gewesen also ich schaffe es doch nicht zack down und auch down ok dann gehen wir noch einmal kurz in der arena rein zurück weltkarte zurück was ist das hier auto teleport aufladen was sind die meiner kristalle profil verteidigung kampf protokoll lager dass wir das beschwören warte gehen wir auf kampf arena so war das challenge was für eine challenge kampf das ist doch easy auto da brauche ich ja selber noch nicht mal was zu machen dieser krammer level 4 kriegen die einen von meinen kaputt kampf ok das war's gut ich würde mal sagen das war es denn schon für heute haben wir mal ein bisschen gekämpft und wohnen kann ich noch einbauen ach das ist der da oben aber der kommt da unten das ist der innen und genau immer den verkaufen können ja zack und das andere farbe wollen wir nicht zack und zack fertig zweier set das war's gut und dann bin ich hiermit fertig dann sag ich mal dankeschön fürs zuschauen ich schaue mir ein ticket ab das stundticket habe ich mir auch diesmal geholt weil es war ein spiel was ich schon hatte deswegen dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr mal denkt ihr dabei seid bis zum nächsten mal viel spaß und auf wiedersehen tschau tschau tschau